Wir haben noch einen ganz starken Souveränabtritt von beiden diese stark gut ergänzten Handmuseen noch so und das dann Luis ist halt nicht verstoppt. Dann haben wir dann Erik Loth und wir auch selber, also auch für die 2.1 aufgreifen. Das Ballen einen Tick zu Hause, das sind es direkt da gewesen. Mal schauen, wer die Loth hier aufweisen wäre in Wannringer. Das ist von den Feierspielerinnen und Tassi Gonringer, die heute zu Lutzenburg spielt. Die 1 nach 3 alle Gute an dem Ausland. Das war einfach ein Schwarz, den ich möchte für den Ausland zu gut. In einem Bereich hat insgesamt wenig Spiel. Ja, wobei beim Tassi Gonringer muss sagen, das spielt ewig heute zu Lutzenburg. Verlust auch das Line. Dann kann es vielleicht interessant sein, ob wir dann auch direkt viel mehr mit anderen jungen Damen können, wenn sie zu drehen. Den von ihrem echten gemeinsamen Dubbel-Lanzmächtertitel. Ähm, wenn er noch zwei Ball wert, dann hat es vielleicht zu spät. Auch hier, wie es der Viertel schon gesagt hat, ist der Satz hier ganz wichtig. Ja, nicht so gut, als wie es wäre, wenn die Loth eins oder volle Schrechte gewünscht wäre. Ähm, als der Lümmers, der den Mann muss verhäbelst, für die ist, wo er zurückkommt, um das neue Match konzentrieren zu können. 3-2 für die Spielerinnen von Niederkerging. Ist auch wichtig, dass sie direkt einen guten Start an den Satz hier vontun. Ja, mein Partner den an den Ball zurückkommt. Ja, dann spielt der Gijschen einfach direkt an den Racken. Dann steht in Henno selber, um hier zu gucken. Und zu denen, keine Chance mehr für eine Runde Ball zu kommen. Zadikowicz-Schwisterin, die heute Cup nicht hängen los sind. Trotz, dass der letzte Satz relativ klar verlor. Ja, den zweiten Satz, das ist ein bisschen durch Modern Shield, weil das zu eng ist. Weil Zadikowicz-Schwisterin, er war voller Match. Ja, und du, an gewissen Momente, er hat gesagt, dass die individuell klassisch, du dann einfach, wie du dem Tassi Gondrink seinen Abschlag von so nicht den Punkt machen. Ja, wobei, ich muss sagen, am Double den Abschlag hier vielleicht ist, so nicht gerade so wichtig wie am E-Insel. Geht Heinz da mehr darum, am Double vielleicht den Abschlag zu spielen, die gegen den Reichskund-Druck machen können. Vor allem, das ist ein Abschlag, wo den Matchspieler nicht direkt noch Druck gesagt hat, wo er im Idealfall den Plan für den Abschlag gegeben hat. Überraschend, da muss er noch keine langen Variante machen. Kein 3-Mot-Galder gegeben, das ist richtig gewesen. Der Obersten überraschend, das ist eigentlich im Finale. Das tut nicht so, in diesem Moment. Und dann, aus dem ersten Matchball, den Heufer wandelt geht. Fünf Tassi Gondrink haben wir den schönen Parallel-Führendball. Und wir wollen Phyllis das hören, den Tassi Gondrink und Periel Barbosa für den Landesmeister-Tutel 2024 am Test-Tennis.